Die Bundestagswahl ist keine Wette, bei der man gewinnt, wenn der eigene Kandidat oder der eigene Favorit am Wahlabend die meisten Stimmen erhält. Bei der Bundestagswahl geht es um die Politik für die nächsten vier Jahre. Das heißt, um ihre nächsten 1500 Tage. Mein Name ist Gerd Burgisch, Direktkandidat der ÖDP im Wahlkreis Neckar-Zaber. Die Kernkompetenzen der ÖDP sind Artenschutz, Klimaschutz, Gemeinwohlökonomie und die Abkehr von einem entfesselten Wirtschaftswachstum. Der Hauptgrund, mich in dieser Partei zu engagieren, ist ihre absolute Unabhängigkeit. Das erreicht die Partei durch den Grundsatz, keine Spenden von Firmen oder Verbänden anzunehmen. So ist eine Politik möglich, die den Menschen und die Natur in den Mittelpunkt stellt. Vielen Dank. Gehen Sie zur Wahl. Vielen Dank. Vielen Dank.